Hoch den Anker und fell los, wir stechen in See, hoahe, hoahe. Am 23. Dezember des Jahres 1787 lichtete auf der Rede von Spithead in England ein Dreimaster die Anker. Die Bounty, ursprünglich ein braves Handelsschiff, war von der britischen Admiralität für eine friedliche Expedition angekauft und da die Reise in fremde Meere führte, mit einigen Kanonen bestückt worden. Der Bounty war es nicht bestimmt, ihre Mission zu erfüllen. Und trotzdem sollte sie als Schauplatz und Ausgangspunkt der abenteuerlichsten Geschehnisse zum berühmtesten Schiff der englischen Marine, ja der Welt überhaupt, werden. Drei ungewöhnliche Menschencharaktere prägten und bestimmten diese sehr romantischen Begebenheiten. Zuerst einmal der grausame Kapitän Bly, der aber in der Not sich als ein tüchtiger Seemann bewährte. Dann der leidenschaftlich auf das Menschenrecht, auf die Freiheit pochende Empörer, Fletcher Christian, der mit der Fahrt nach Pitcairn vielleicht eine noch größere seemännische Tat vollbrachte. Und schließlich Alexander Smith, alias John Adams, einer der Meuterer, der sich zum christlichen Patriarchen und Begründer einer kleinen Kolonie läuterte. Der einzige, der sich aus den unheilvollen Verstrickungen löste. Mr. Freyer, nachdem die Segel gesetzt sind, lassen Sie sofort die Mannschaft unter dem Hauptmast zusammentreten. Schatten oben und unten! Kommt uns haltet Muster rum! Die Kriegsartikel habe ich euch heute Morgen schon verlesen. Ihr kennt sie also. Jetzt werde ich euch mit dem Ziel unserer Reise bekannt machen. Wir stehen im Dienste seiner großbritischen Majestät und sind beauftragt, nach der Südsee zu segeln, um auf der Insel Tahiti einige tausend Brotfruchtpflanzen mit Wurzelwerk zu laden. Diese sollen wir, so lautet unsere Instruktion, nach Jamaika bringen, damit dieser so nützliche Baum auch dort heimisch werde. Die westindischen Plantagenbesitzer brauchen billige Lebensmittel für ihre Negersklaven. Unsere Reise nach Tahiti und Jamaika mag zwei Jahre und länger werden. Auf jeden Fall ist die Bounty, die von nun an unsere Heimat bildet, für solch eine Zeit und weit darüber hinaus verproviantiert, sodass wir keine Not leiden werden. Vorläufig werden wir also die Türme von Spithead nicht wiedersehen. Jeder von euch tue nun willig und unverdrossen die Pflichten, die ihm der Dienst auferlegt. Mr. Freyer, lassen Sie jetzt die Mannschaft im Tugelwerk arbeiten, damit ich die Bande kennenlerne. Schlag deine Reppe in die Topfsegel! Verwünscht langsam, wie die Schnecken kriechen die Kalle nach oben. Aber das wird schon besser werden, wenn ich euch erst ein paar Tage auf offene Meer habe. Kapitän Blei hat es bald mit der Mannschaft verdorben. Er schien es auch bewusst darauf anzulegen. Matrosen wie Offiziere hatten gleichermaßen unter seinen unbeherrschten Temperamentsausbrüchen unter seiner tyrannischen Grausamkeit zu leiden. Hoffentlich lässt der Alte uns mal verschnaufen. Ach, dass der uns immer rumscheucht. Dabei sind die meisten Segelmanöver überflüssig. Er will uns nur triezen. Ich hatte mir schon lange gewünscht, Tahiti das viel gepriesene Südsee-Paradies kennen zu lernen. Wenn ich aber gewusst hätte, dass der Käpt'n solch ein Schinder ist, hätte ich mich nie für die Bau und die anheuern lassen. Und wo kommst du näher, McCoy? Ich wurde gepresst. Lass uns erst mal auf Tahiti sein und wieder Land unter unseren Füßen fühlen. Da gibt es vielleicht Gelegenheiten, uns dieser blutigen Tyrannei des Alten zu entziehen. Mr. Nelson, der Botaniker, sagte mir, dass das Einsammeln der Brotfruchtschösslinge eine geraume Zeit in Anspruch nehmen wird. Euer Schätzt, dass wir mindestens drei Monate damit beschäftigt sein werden. Stellt euch mal vor, ein ganzes Vierteljahr auf Tahiti? Ach, das ist doch herrlich. Für diese Aussicht nehme ich selbst zwei Bleise kaufen. Ach, ein Trost, dass Leutnant Fletcher Christian uns, wo er nur kann, in Schutz nimmt. Der Blut und Blei ist schon deswegen wütend auf ihn. Die dritte Wache sofort an Deck. Es tut mir leid, Jungs, dass ihr schon wieder ran müsst. Da die Männer nicht sofort an Deck waren, konnte Kapitän Blei wieder einmal mehr seine schlechte Laune an Fletcher Christian auslassen. Wo bleibt denn die Verstärkung? Ah, da seid ihr ja endlich, fauler Alunken. Natürlich, Mr. Christian. Ins Vordertagewerk mit euch, Bande. Soll ich euch Beine machen? Mr. Freyer, geben Sie dem Schlotterkerl, dem Quindler, einen ordentlichen Hieb in die Rippen. Sehen Sie nicht, wie langsam der Hallunkel sich bewegt? Sir, die Matrosen waren den ganzen Vormittag in der Takelage. Sie sind erschöpft. Was, Leutnant Christian? Sie sprechen für diesen jämmerlichen Schuppen, der mit Absicht werde Schnecke kriecht? Er bekommt die neunschwänzige Katze zum Auffrischen. Alle Mann hoch und herunter. Alle sammeln unter dem Hauptmast. Steuerleute, bitte den Kerl an den Baum. So scharf ist die Prise noch nicht. Ich werde euch schon Beine machen. Na los, geht's ihm! Aus dem Lockbuch Kapitän Bleis, das erhalten ist. 22. April 1788. Schnee- und Hagelstürme und widrige Winde machen es uns fast unmittelbar vor Kap Horn unmöglich, dieses Kap zu umschiffen. Ich muss die kürzere Route nach Tahiti aufgeben. Ich werde nun ostwärts segeln um das Kap der guten Hoffnung herum. Es ist die weitaus längere Route, aber sie wird weniger von Stürmen heimgesucht. Ich glaube, ich werde nie nach Tahiti kommen. Erst wollten wir ums Kap Horn herum und jetzt geht's durch den Indischen Ozean. Natürlich lässt er seine Wut über das Wetter wieder an uns aus. Als ob wir Schuld hätten. Seit einem halben Jahr haben wir keinen festen Boden unter unseren Füßen gefühlt. Ich wette, wenn wir hier schon ständig wie die Affen in den Wanden klettern müssen, auf Tahiti müssen wir auf die Palmen und Brotfruchtbäume steigen. Ein tüchtiger Seemann ist der Alte schon. Und für das schlimme Wetter am Kap Horn konnte er nichts. Daran sind schon viele Kapitäne gescheitert. Es ist klug, dass er sich nicht darauf versteift, sondern einfach die andere Route wählt. Aus dem Lockbuch Kapitän Bleis. 15. Mai 1788. Die Bounty zieht seit Tagen Wasser, was aber zugleich ein Vorteil ist, da die ganze Mannschaft fast in jeder Stunde Wasser pumpen muss und so nicht auf dumme Gedanken kommen kann. Die Segelmacher sind damit beschäftigt, die havarierten Segel zu flicken. Gestern sahen wir einen Walfisch. Wir segeln bei gutem Wetter südlich von holländisch Ostindien und Australien in einem großen Bogen nach Tahiti. Die Missstimmung unter der Mannschaft wächst. Kapitän Blei legt es immer wieder darauf an, Teerjacken wie Offiziere zu reizen. Ich will versuchen, ob ich mich auf Tahiti dünne machen kann. Die Eingeborenen sollen sehr freundlich zu uns Weißen sein. Vergiss nicht, dass Tahiti eine Insel ist, nur ein paar Tage reisenbreit. Käpt'n Blei wird bestimmt nicht eher Ruhe geben, als bis er seinen Deserteur wieder eingefangen hat. Außerdem soll er mit dem Häuptling von Tahiti auf gutem Fuß stehen. Er kennt ihn von seiner Fahrt mit Kuhkehr. Damals war Blei Leutnant bei dem. Wir leben auf der Bounty wie in einem Gefängnis. Auch auf Tahiti werden wir uns nicht recht frei fühlen. Alle Unbill, die die Mannschaft vom Kapitän wie von dem rauen Wetter ertragen musste, war mit einem Schlage vergessen, als die Bounty am 26. Oktober 1788 nach mehr als zehn Monaten vor Anker ging. Großer Häuptling Tu, kennt ihr mich noch? Ich habe euch von unserem großen König George eine Botschaft und Geschenke zu überbringen. Tu ist erfreut, seinen weißen Bruder Blei wieder auf Tahiti begrüßen zu können. Er dankt dem großen weißen König für seine Geschenke. Tu ist begierig, die Botschaft zu hören. Ich danke euch, großer Häuptling. Unser König bittet euch, uns zu erlauben, dass wir von den vielen Brotfruchtbäumen einige Pflanzen mitnehmen dürfen, die auf eurer gastfreundlichen Insel in Hülle und Fülle wachsen, damit wir sie auf unseren Inseln anpflanzen können. Als Erinnerung an Tahiti und seinen großen Häuptling Tu. Unser König möchte, dass viele seiner Untertanen von diesen wundervollen Früchten kosten können. Er hat seinen Gärtner Nelson mitgeschickt, der dafür Sorge tragen soll, dass die kleinen Pflanzen auf der langen Reise unterwegs nicht welken. Tahiti ist groß und besitzt unzählige Brotfruchtbäume. Meine weißen Brüder nehmen so viele Bäume, wie ihr Schiff nur tragen kann. Aber erst lasst uns Palmwein trinken und Schweinefleisch, Kokosnüsse und Brotfrüchte speisen. Die Festtafel ist bereits gerichtet. Schon in den nächsten Tagen begann die Mannschaft mit dem Umpflanzen der Bäumchen. Gottes Willen, Matrosen, geht vorsichtig mit den zarten Pflanzen um. Transportiert sie ganz langsam an Bord. Ich will sie gleich in Kästen mit frischer Tahiti-Erde pflanzen. Ich hoffe, dass sie in wenigen Tagen Wurzeln schlagen. Mr. Nelson, im Vertrauen, hoffentlich schlagen die Pflanzen nicht sofort Wurzeln. Keine Sorge, Young. So schnell geht es nicht mit dem Einsammeln und erst recht nicht mit dem Eintopfen. Uns gefällt es hier nämlich bannig gut. Wir wollen uns erst einmal ein bisschen auf Tahiti erholen. Ach, ich brauche mehr als tausend Stück. Es kann leicht ein halbes Jahr dauern. So schnell geht es also nicht nach Jamaika. Und nun haltet mich nicht auf. Ich muss schnell an Bord und aufpassen, dass die ersten Pflanzen ordnungsgemäß eingetopft werden. Ich möchte mein ganzes Leben hier auf Tahiti zubringen. Wie ich die Eingeborenen beneide. Ach, idyllischer können Adam und Eva im Paradies nicht gelebt haben. Die Insulaner brauchen nicht zu arbeiten. Alles Nötige für den Unterhalt wächst ihnen von selbst in den Mund. Auch unser Blutwund scheint von dem sanften Klima Tahitis angesteckt zu sein. Erstaunlich, dass er uns hier in Ruhe lässt. Vielleicht fürchtet er, dass wir desertieren könnten. Na, ich möchte es nicht darauf ankommen lassen. Dafür ist der Alte mit Häuptling Tu zu dick befreundet. Wartet nur ab. Wenn wir wieder auf hoher See sind, fühlt er sich sicher und wird alles doppelt und dreifach nachholen. Er wird uns dann tüchtig kujonieren. Die neunschwänzige Katze, die er mir zu kosten gab, werde ich ihm schon heimzahlen. Mein schönes braunes Mädchen hat mir geraten, hier zu bleiben und mich zu verstecken. Sie kennt den Schindern nicht. Mensch, dieses Paradies sollen wir verlassen? Unvorstellbar. Wenn auch die Mädchen auf unserer Seite sind. Der Häuptling hält es mit Blei. Ich habe schon Umschau gehalten. Im Landesinnern gibt es hohe, unwirtliche Gebirge, die bestimmt genügend Versteck bieten. Aber schließlich ist Tahiti nur eine Insel. Und wenn Blei mit Offizieren und Matrosen und der Häuptling mit seinen Kriegern sie durchkämmen, sind wir geliefert. Hinter dem Gebirge gibt es einen anderen eingeborenen Stamm, der bestimmt nicht so zuvorkommend ist wie unsere Gastgeber. Im Gegenteil, die Stammesangehörigen sollen, wie übrigens die meisten Südseeinsulaner, noch Kannibalen sein. Auch unsere netten Tahiter waren es noch vor knapp 100 Jahren. Da ziehe ich es vor, mir lieber mal von Blei das Blut abzapfen zu lassen, als irgendwo im Kochtopf zu landen. Vorläufig haben wir hier noch ein paar Monate Galgenfrist. Leutnant Christian hat auch Feuer gefangen. Die Tochter des Häuptlings läuft ihm nach. Und er ihr. Er könnte also ruhig desertieren. Sein Schwiegersohn wird Häuptling tun, nicht ausliefern. Glaubst du, dass ein Offizier desertieren wird? Warum nicht? Wie der von Käpt'n Blei vor versammelter Mannschaft runtergeputzt wird. Der Blutsauber fordert ihn geradezu heraus. Auf die Dauer wird es nicht gut gehen. Blei würde die ganze Insel Kopf stellen, wenn Leutnant Christian verschwindet. Ein Offizier kann nicht desertieren wie eine einfache Blaujacke. Wett, Jungs, da kommen unsere Mädchen. Lassen wir die Brotbäumchen. Jungs, gehen wir mit den Schönen ein bisschen singen und tanzen. Nach vier Monaten hieß es Abschied nehmen von Tahiti. Mit 1600 Brotfruchtbäumen und Pflanzen beladen, stach die Bounty wieder in See. Kurs Amerika. Die Mannschaft schweren Herzens, während Kapitän Blei sofort wieder seine Untugenden herauskehrte, ja sie noch zu steigern suchte. Er hatte sofort die Offiziere in seine Kajüte kommen lassen und ihnen eröffnet, dass die Mannschaft durch den Inselaufenthalt außer Rand und Band geraten sei. Es müsse mit den strengsten Strafen durchgegriffen werden. Selbst bei Bagatellen. Weg, Windel, stopp! Was soll diese Muschelkette um den Hals? Weg mit dem Pferdefanz! Verzeiht, Sir, das ist ein Andenken. Meine Freundin auf Tahiti legte es mir um den Hals. Verwünschter Alunke, hab ich dir nicht befohlen, dass du den Pferdefanz sofort ins Meer wirfst? Das Lutterleben hört jetzt auf. Wen ich noch einmal mit solchen Kinkerlitzern antreffe, der kriegt die Neunschwänzige. Was, Windel? Sie haben den Krimskrams noch immer nicht ins Meer geworfen? Er damit! Und dann den Mast mit dem Halunken! Zehn schräg auf den Rücken! Ich will doch sehen, ob ich euch die Erinnerungen an Tahiti nicht versalzen kann. Das gilt auch für Sie, Leutnant Christian. Statt Ihren Leuten ein Beispiel zu geben, haben Sie sich ein Land wie ein Mädchenjäger aufgeführt. Am liebsten würde ich auch Ihnen die Neunschwänzige zu kosten geben. Na los, Steuermann! Gib's dem Quintel gehörig! Los! Es blieb nicht nur bei diesen Schlägen. Die Zustände an Bord der Bounty wurden von Tag zu Tag schlimmer und unerträglicher. Die dritte Wache an Bord! Das ist so viel, Leutnant. Da träumt man von Tahiti. Und wenn man aus seinen Träumen gerissen wird, findet man sich in der Hölle wieder. Nichts für ungut, Leutnant. Es richtet sich nicht gegen euch. Ich weiß, Miss. Aber ihr müsst euch zusammenreißen. Ihr seid an Bord der Bounty. Welch ein Glück für uns, dass es euch gibt. Ihr behandelt uns wie Menschen. Aber für euch ist es ein Unglück. Ich möchte mit Verlaub nicht in eurer Haut stecken, Leutnant Christian. Der Käpt'n hat es auf euch abgesehen. Je weiter wir uns von Tahiti entfernen, desto blutgieriger wird er. Ich glaube selbst, dass ich unter Käpt'n Blei meines Lebens nicht mehr sicher bin. Ich weiß, er will mich fertig machen. Er wartet nur darauf, mich ins Eisen zu legen. Er demütigt mich, wo er kann. Vergesst nicht, Leutnant, dass wir auf eurer Seite sind. Ich kenne mindestens acht Kameraden, die für euch durchs Feuer gehen. Wir werden euch nie vergessen, wie ihr immer für uns eingetreten seid. Darunter sind ein paar Kerle, die auf alle Fälle mit Blei abrechnen wollen. Ich glaube, ich kenne sie. Aber was wollt ihr schon beginnen? Die Besatzung besteht aus 43 Mann. Ihr seid nicht einmal ein Fünftel. Gnade mir Gott, wenn ich mir gegen Blei auch nur das Geringste zu Schulden kommen lasse. Martin Christus, wir müssen uns selbst helfen. Seine Tyrannei bringt auch die geduldigsten Männer in Wut. Aber zum offenen Widerspruch würden sie sich nicht aufraffen. Kerle wie Quindle, McCoy und auch Williams brennen darauf, dem Kapitän an die Gurge fahren zu können. Es muss nur einer den Anfang machen. Dank Gnade Gott, Käpt'n Blei. Rechnet darauf. Ihr seid nicht allein, wenn ihr dem Kapitän gegenüber tretet. Ich weiß. Aber Smith, was wir geredet haben, verstößt gegen die Kriegsartikel. Wir sind verloren, wenn es irgendjemand erfährt. Also vergesst es. Verschließen wir es tief in uns. Sagt niemandem, dass ich euch angehört habe. Denn das allein wäre schon ein todeswürdiges Verbrechen, dass ich davon keine Meldung gemacht habe. Also schweigen. Gute Nacht, Smith. Gute Nacht, Herr Christian. Bereits auf der nächsten Wache, es war die Nacht des 27. April 1789, war Fletcher, der sich von Kapitän Bleis Rachsucht verfolgt fühlte, fest entschlossen, den entscheidenden Schritt zu tun. Er wusste, dass er mit seinem bisherigen Leben abschließen musste und dass es für ihn keine Rückkehr nach England mehr gab. Es blieb ihm keine andere Wahl. Smith, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Eine wundervolle Mondnacht. Leutnant, Sie sind unsere einzige Hoffnung. Selbst Sie, Hasenherzen, die noch zu feige sind, etwas zu unternehmen, blicken auf euch. Wenn Sie sich auch nicht offen zu uns bekennen, so werden Sie bestimmt nicht gegen uns auftreten. Auch Sie wissen, dass Blei uns keine Wahl lässt. Wir sind 18 Mann, die es darauf ankommen lassen wollen. Quintel und McCoy sind sowieso kaum zu bremsen. Gut. Morgen bei der nächsten Nachtwache, wenn ich den Rundgang mache, sollen Young, Quintel, McCoy sich hier einfinden. Smith, ich werde euch dann meinen Plan unterbreiten. Gut, sei es gelobt, Vater und Christian. 27. April 1789. Das Wetter ist günstig. Keine Stürme halten uns auf, sodass die Bounty in wenigen Wochen das zweite Ziel unserer Reise, Jamaika, erreichen durfte. Laut Befund des Botanikers Mr. Nelson haben die Schößlinge der Brotfruchtbäume Wurzeln geschlagen. Auch scheint Ihnen die Seereise gut zu bekommen. Alles da, wie verabredet? Ja, alles da. Gut, also hört. Wir sind 18 Mann, das ist noch nicht einmal die Hälfte. Aber wir sind entschlossen und werden die anderen eben überrumpeln. Wir müssen die Zögernden vor vollendete Tatsachen stellen. Dann ist alles gewonnen. Wir setzen Blei regelrecht ab, sodass niemand ihn mehr zu fürchten braucht. Aber eines sage ich euch. Kein Blutvergießen. Der Blutsauger hat mich zweimal peitschen lassen. Ich will ihm auch Blut abzapfen. Ich sagte kein Blutvergießen. Okay. Käpt'n Blei soll kein Haar gekrümmt werden. Sie würde die übrige Mannschaft nur gegen uns einnehmen. Wir wollen uns nicht rächen. Wir verteidigen uns nur gegen seine Grausamkeit. Gegen seine Ungerechtigkeit. Seine unmenschliche Despotie hat uns zur Meuterei gezwungen. Also noch einmal. Kein Blutvergießen. Wie er meint. Wenn ich ihm auch brennend gern einen tüchtigen Denkzettel verpasst hätte. Aber was sollen wir mit ihm machen? Sollen wir ihn gefangen setzen? Einsperren? Wir wollen uns nicht mit ihm belasten. Wir setzen ihn in der Barkasse aus. Mit seinen Gefolgsleuten. Falls es überhaupt noch welche gibt, die ihm folgen wollen. Dann kann er nicht mehr zurückkommen und wir sind den Tyrannen los, ohne unsere Hände mit seinem Blut befleckt zu haben. In der nächsten Nacht, wenn wieder die dritte Wache an der Reihe ist, schlagen wir los. Okay. Als diensthabender Offizier habe ich den Schlüssel zur Waffenkammer. In aller Ruhe könnt ihr euch bewaffnen. Nur Blei und die Offiziere sind im Besitz von Waffen. Sie werden in Folge unserer Überrumpelungstaktik gar nicht dazu kommen, danach zu greifen. Und sollten die anderen Teerjacken es sich überlegen und für Käpt'n Blei ihr Leben in die Schanze schlagen, was ich aber bezweifle, was könnten sie mit bloßen Fäusten gegen unsere Waffen schon ausrichten? Nun im Einzelnen. Bleis Kajüte nehme ich mit Quintle und Young. Okay. Smith und McCoy entwaffnen den ersten Offizieren seiner Kajüte und Williams und Churchill setzen den zweiten Offizieren seiner Kajüte matt. Vor der Mannschaftskajüte postieren sich Mills und drei weitere Männer, die niemanden herauslassen. Dann werden die beiden Offiziere an Deck gebracht und müssen ins offene Boot. Dann komme ich mit dem gefesselten Blei. Wer von der Mannschaft Blei begleiten will, bitte sehr, dem wird kein Hindernis in den Weg gelegt. Aber kein Blut vergießen. Nur im äußersten Falle. Seid ihr entschlossen? Ja, wir sind's. Euer Plan ist so einfach und klar. Er muss klappen. Hier ist der Schlüssel zur Waffenkammer. Aber vermeidet jedes unnötige Klirren und lasst zwei bewaffnete Matrosen vor der Kammer zurück als Wache. Ich bleibe so lange hier. Also, auf morgen. Gute Nacht und Mund gehalten. Ja, Mund gehalten. Ja, ei, ei, Sir. Fletcher Christians Plan lief wie ein Uhrwerk ab. Die Meuterer gelangten mühelos in den Besitz der Waffen. Young und Quintel folgten nun dem entschlossenen Anführer der Meuterei zur Kapitänskajüte. Sir, ich muss euch dringend wecken. Eure Anwesenheit ist an Deck sofort erforderlich. Zum Teufel, er weckt mich. Christian, seid ihr es? Käpt'n Blei, ihr seid verhaftet. Quintel und McCoy, bindet ihm die Hände auf den Rücken. Was fällt euch ein? Räumt sofort meine Kajüte. Matrosen wagt es nicht, euren Kapitän zu fesseln. Das ist ein Verbrechen, das fürchterlich geahndet wird. Ihr seid es Tode. Ihr seid nicht mehr der Käpt'n der Bounty. Ihr seid abgesetzt. Leutnant Christian, bedenkt, was ihr tut. Ihr verscherzt alles. Eure Laufbahn, die Heimat, in die ihr nicht mehr zurückkommen dürft. Befreit mich von den Fesseln. Nein. Und ich verspreche euch, dass ich Gnade vor Rechte gehen lasse. Ich werde keine Meldung machen. Für eure Gnade ist es zu spät. Los, aufs Deck! Lasst mich erst meine Uniform anziehen. Das steht euch nicht mehr zu. Nach oben mit euch. Ein schöner Anblick für die Mannschaft. Der gehasste Kapitän im Hemde. Ein Anblick zum Todlachen. Schmiss und Williams! Wo sind die Offiziere? Die hocken plangewäß im Boot. Es ging alles wie am Schnürchen. Ja, ja. Nun können auch die Matrosen rausgelassen werden. Wollen doch sehen, ob sie sich für Blei entscheiden. Infolge der beispiellosen, grausamen Willkür die Käpt'n Blei als Kommandant der Bounty sich immer wieder zu Schulden kommen ließ, haben wir ihn abgesetzt. Er wird im Beiboot ausgesetzt. Wer zu Blei hält und mit ihm fahren möchte, bitte sehr. Wir werden den Betreffenden keine Steine in den Weg legen. Matrosen, ich protestiere gegen diese Gewalttätigkeit. Sie wird euch ins Verderben führen. Die englische Marine wird euch zur Verantwortung ziehen. Schweigen Sie! Sie haben hier nichts mehr zu sagen. Wer mit Blei weiterleben will, der steige ein. Nein, aber möglichst rasch, denn wir wollen uns so schnell wie möglich von seiner verhassten Gegenwart befreien. Wie viel folgen ihm? Es sind 19. Dann wird das Boot wenigstens voll. Und nun befördert den Käpt'n als Krönung nach. Ja! Wegen dieser entwürdigenden Behandlung, Leutnant Christian! Wie man Seeleute entwürdigend behandelt, dafür, Mr. Blei, haben Sie genügend unrühmliche Beispiele gegeben. Jawohl! Jawohl! Sonst befänden Sie sich nicht in solcher Situation. Jawohl! Hinunter mit ihm ins Boot! Jawohl! Lassen Sie mal ein Zimmer, mit Ihren Handwerkskasten mitnehmen! Jawohl! Meinetwegen! Aber die beiden anderen Zimmerleute müssen hierbleiben. Die brauchen wir. Das Boot kann Segel und Tauwerk mitnehmen. Herr Povejantiert sie auch mit einem Fass Wasser, einem Sack Zwieback, etwas Fleisch, Rum und Wein. Auch einen Quadranten und einen Kompass, aber keine Karten, keinen Sechstanten. Ihr könnt uns doch nicht ohne Waffen lassen! Gebt uns ein paar Gewehre, falls wir auf einer Insel landen, deren Bewohner Kannibalen sind! Ihr müsst euch schon mit vier Säbeln begnügen, Blei! Kappt die Taue! Werft ihnen doch die Uniform nach! Los! Damit er nicht im Hemd Old England erreicht! Zur Hölle, Bluthund und Ersaufe! Auf, kappt die Leinen! Wir wollen nicht endlich los sein! So, Kameraden! Den Despoten sind wir los! Hoor! Gehen auf zu den Masten und Segeln! Holla, holla, langsam, Fletcher Christian! Wer hat hier zu befehlen? Ich denke, wir! Wir sind jetzt doch alle hier, Kapitän! Meint ihr, Fletcher Christian, wir hätten einen Schindler weggeschickt, nur um einen neuen über uns zu bekommen? Patrosen! Seid ihr verrückt? Einer muss kommandieren, wenn wir nicht alle zugrunde gehen wollen! Wer hat den Plan der Meuterei so fein ausgedüttelt? Dann sei lieber du, Smith, unser Kapitän! Du bist der Klügste von uns und kannst schwatzen, während schwarz... Ja! Ich bin der Kapitän! Seid ihr denn weit groß? Nein, ihr seid des Teufels! Habt ihr so wenig Krötze im Kopf? Glaubt ihr, ein Matrose kann ohne weiteres ein Schiff lenken? Und was verstehe ich denn von Peilung? Nicht mehr als der Stübermast! Aha! Lesen kann ich wohl, aber nicht die Seekarten! Ich sage euch, Leutnant Kräftchen muss unser Kapitän werden! Sonst raten wir geradewegs in die Hölle, in die Arme des Teufels! Und wenn ihr nicht meiner Ansicht seid, dann könnt ihr auf Alexander Smith nicht mehr rechnen! Ich rühre dann keine Hand mehr für euch! Das ist Gold, richtig! Das hat Hand und Fuß! Und es war höchste Zeit, als es ausgesprochen wurde! Ich bin der Meinung von Smith! Jawohl! Hoch! Hoch, Herr Christian! Vielleicht habe ich aber keine Lust mehr, euch zu kommandieren! Meint ihr, ich dränge mich danach, einem solchen wetterwendischen Haufen Anordnungen zu erteilen, ohne Sicherheit für die Zukunft zu haben? Glaubt ihr, ich wäre einem übel entflohen, um mich einem zweiten und vielleicht noch größeren Unheil auszuliefern? Erst müsst ihr mir Bürgschaft geben! Ja, aber was verdammt ihr, Herr Christian? Sag es doch! Zunächst gelobt mir, solange wir auf den Planken der Bounty sind, gehorsam, disziplin! Nachher, Herr Alton, ich schwöre, wir schwöre, wir schwöre! Zweitens, ihr verleiht mir das Recht, meine Offiziere zu ernennen. Offiziere sollten wie der Kapitän selbst in allgemeiner Wahl bestimmt werden. Ich bin für Quintel. Hageln und Flammen wollt ihr euer Maul halten? Ihr seid noch nicht dran! Ich bin der Meinung, dass Käpt'n Christian, der für die Bounty verantwortlich ist, sich seinen Offizier selbst aussucht. Wir sind auf Gedeih und Verderben auf ihn angewiesen. Wer mit mir einer Meinung ist, stelle sich zu mir! Ja, ja, ja! Können wir das alleine machen! So mache ich von dem hier zugestandenen Recht Gebrauch und mache es Miss zu meinem Offizier. Hallo! Ruhe! Wir kommen jetzt zu einer wichtigen Frage. Wohin sollen wir steuern? Ja, dahin möchte ich auch am liebsten. Vergessen wir aber nicht, dass diese Rückkehr große Gefahren für uns birgt. Sollte Blei westwärts die holländische Kolonie Timur erreichen oder unterwegs ein anderes Schiff antreffen, dann wird er sofort englische Kriegsschiffe auf uns setzen, die übrigens von der Admiralität sowieso ausgeschickt werden, wenn die Plantagenlords auf Jamaika vergebens nach der Bounty Ausschau halten. Und man wird zuerst auf Tahiti-Nachforschungen anstellen. Aber vorläufig dürfen wir uns in Sicherheit wiegen, wenn auch nur für ein paar Monate. Ich bin dafür, fürs Erste nach Tahiti zurückzufahren. Ja, bravo! Unsere Frauen an Bord zu nehmen und von dort aus eine unbekannte Insel zu suchen. Ruhe! In die Segel! Unter dem Jubel der Mannschaft nahm die Bounty Kurs auf Tahiti. Die fröhliche Fahrt wurde aber schon bald von Sorgen überschattet. Oh Susanna, wie ist das Leben schön! Übers Jahr kommt mich zu... Wer ist da? Käpt'n Christian! Wir sind mit! Ich muss Sie dringend sprechen! Na, rein in Gottes Namen! Was ist denn schon wieder los? Ein paar Unzufriedene stecken die Köpfe zusammen. Die beiden Zimmerleute haben sich mit einigen Teerjacken verabredet. Sie wollen sich der Bounty bemächtigen und uns Redelsführer gefangen nehmen. Und alle anderen würden dann straffrei ausgehen. Ach, diese Dummköpfe! Am liebsten möchte ich mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Aber ich bin durch Pech und Schwefel mit ihnen verbunden. Tja! Ich bin alles andere als frei. Ich überlege nur, wie wir den englischen Verfolgern, die unfehlbar auf unsere Spur gesetzt werden, entrinnen können. Auf Tahiti wird unseres Bleibens nicht sein können. Aber schick sofort die Männer, die zuverlässig sind, unauffällig zu mir hier in die Kapitänskajüte. Sehr gut, Sir. Wir warten schon darauf. Wir sind sofort hier. Wenn Blei mich jetzt in dieser Lage erblickte, er würde zufrieden sein. Und Grenzen. Aber wird er überhaupt noch am Leben sein? Ist er nicht zu einem sicheren Tod verurteilt? Sei es durch Kentern, durch Verdursten, durch Verhungern oder durch wilde Eingeborene, wenn sie auf einer Insel landen sollten. Ohne Gewehre. Ich weiß, er ist ein sehr tüchtiger Seemann. Wenn er nur nicht so grausam, so jezornig und heimtückisch wäre. Er allein hat mein Leben, meine Ehre, meinen guten Namen auf dem Gewissen. Ich habe jedenfalls meine Hände nicht mit seinem Blut befleckt, obwohl er mein Gefangener war. Wenn er es umgekehrt gekommen wäre, ich hätte nicht auf seine Nachsicht rechnen können. Ich habe ihm eine Chance gegeben. Für mich aber ist jede Rückkehr in die Zivilisation, in die Heimat endgültig versperrt. Und das ist allein Captain Bly's Schuld. Herein! Ich habe euch rufen lassen. Wenn der Wind anhält, werden wir morgen Tahiti anlaufen. Einige Dummköpfe wollen nicht mehr mitmachen. Sie haben sich verabredet und wollen sich der Bounty bemächtigen, um das Schiff und uns als Redelsführer der Admiralität auszuhändigen und dadurch Straflosigkeit für sich zu erhalten. Teufel, drehe diesen Schurken das Genick um! Wir wollen das lieber statt des Teufels selbst besorgen. Wer sind die Verräter? Na, vorläufig ist es noch beim Reden und Planen geblieben. Es genügt, wenn wir uns der Personen von Highwood und Stuart bemächtigen. Die anderen sind nur Mitläufer. Wir lassen uns die Bounty nicht rauben. Denn wir brauchen das Schiff, um eine Zuflucht, einen Schlupfwinkel zu finden. Rücken Sie gleich auf den Leib. Ich und Young nehmen Highwood unter unserem persönlichen Schutz und Quintel und McCoy setzen Stuart fest. Das ist das Beste. Ich werde dann auf dem Vordeck der versammelten Mannschaft alles erklären. Ein paar Minuten später waren alle Männer an Deck versammelt. Na nun, Highwood und Stuart entfesseln? Was bedeutet das? Das Käpt'n Kröftchen wird es euch erklären. Ihr seht Highwood und Stuart entfesseln. Sie wollten sich der Bounty bemächtigen, uns als Moitra gefangen nehmen und der englischen Admiralität ausliefern. Hoi! Wenn ich Käpt'n Blei wäre, müsste ich Sie jetzt tot prügeln lassen. Ich bin aber menschlich und verzeihe Ihnen noch einmal. Aber wehe, wenn Sie es sich noch einmal einfallen lassen, sich gegen uns zu verschwören. Die Notwehr zwingt uns dann, Sie endgültig unschädlich zu machen. Wer uns die Bounty wegnehmen will, ist unser Todfeind. Lass sie frei. Land! Land! Das ist die Meldung, auf die ich gewartet habe, Freunde. Es ist Tahiti, die erwünschte Insel. Hurra! Hurra! Wir freuen uns alle, Sie wiederzusehen. Aber, Herr Jacken, wir wollen uns hier nur verproviantieren, unsere Frauen an Bord nehmen und dann den Kurs fortsetzen. Wer es wagt, heimlich zu entfliehen, der kann sein Testament machen. Halt! Captain Christian! Ja, Churchill, was wollen Sie sagen? Ich bin kein Sklave. Ich behalte mir das Recht vor, zu gehen und zu bleiben, wie es mir beliebt. Wer die Bounty ohne meine Erlaubnis verlässt, gehört nicht mehr zu uns und fällt er wieder in unsere Hände, so lasse ich ihn an der Vortopra hängen. So wahr ich, der von euch gewählte Kapitän bin. Ich habe Ihnen gehorsam auf den Planken der Bounty gelobt, Captain Christian. Aber Sie haben mir hier nichts mehr zu sagen, sobald ich den Fuß aufs Land gesetzt habe. Ich will dann mit der Bounty und mit keinem anderen Schiff mehr was zu tun haben. Ich habe an der Meuterei nur teilgenommen, weil ich nach Tahiti zurückkehren wollte. Auf Tahiti will ich leben und sterben und daran soll mich niemand hindern. Churchill, von mir aus könnt ihr auf Tahiti bleiben, bis, na ja, bis die englischen Kriegsschiffe da sind. Vergesst nicht, die Admiralität kennt keine Gnade. Wenn sie euch aufhängen, dann denkt an Fletcher Christian und seine Warnung. Captain Christian, Churchill hat recht. Eure Kommandogewalt beschränkt sich leider nur auf die Bounty. Aber wer auf Tahiti bleiben will, der hat kein Recht mehr auf die Bounty und ihre Fracht. Gut. Wer also auf Tahiti bleiben und sich den englischen Verfolgern wie ein Opferlamm darbieten will, der trete vor. Er ist nicht mehr würdig, auf der Bounty bleiben zu dürfen. 16 Männer wollen auf Tahiti bleiben. Das ist unmöglich, das geht nicht. Wir können nichts dagegen tun. Aber dann sind wir nur noch neun Mann, sind also zu wenig Hände, um die Bounty im Sturm zu dirigieren. Kommt Zeit, kommt Rat. Erst müssen wir mal gute Miene zum bösen Spiel machen. Doch das half ihnen nichts. Die 16 Männer, die auf Tahiti bleiben wollten, waren nicht dazu zu bewegen, auf die Bounty zurückzukehren. Sie sind unbelehrbar. Sie laufen in ihr Verderben, wenn sie hierbleiben. Unsere einzige Chance bleibt eine unbekannte Südseeinsel. Je entlegener, desto besser. Mich jedenfalls sollen sie hier nicht finden. Ein Glück, dass ihr, Smith, Young, Quintel, McCoy, Williams, Mills, Martin und Braun meiner Meinung seid. Wir sind aber nur neun. Wir brauchen mehr Hände für die Bounty. Wir müssen es warten. Ich fürchte, wir werden nicht weit kommen. Aber ich habe schon einen Plan. Vielleicht können wir sieben oder acht Eingeborene dazu bewegen, mit uns zu kommen. Ja. Die Südseeinsulaner sind von Natur aus famose Seeleute. Zurzeit sind sechs Braune an Bord. Unsere Frauen halten sich sowieso bei uns auf. Proviant haben wir auch genügend. Ich schlage vor, dass wir heimlich in dieser Nacht die Anker lichten und uns auf die Suche nach einer unbekannten Insel machen. Wir sagen vorläufig weder unseren Frauen noch den Insulanern etwas von unserer Abreise. Und erst recht nicht den Männern, denen es nicht zu helfen. Ob die Eingeborenen an Bord mit der Abfahrt einverstanden sind? Sollen sie ihre schöne Heimat wirklich unsretwegen aufgeben? Das tun unsere Frauen ja auch. Außerdem lieben die Südseeinsulaner das Abenteuer. Sie lieben es, unbekannte Inseln zu entdecken. Meinen Sie, Käpt'n Christian? Na ja. Und wenn wir auf einer unbewundenen Insel eine Kolonie gründen, dann brauchen wir erst recht, diese Naturkinder, die mit allem vertraut sind. In der Nacht zum 21. September 1789 lichtete Fletcher Christian in aller Ruhe die Anker und steuerte die Bounty, bemannt mit acht entschlossenen Meuterern, zwei Insulanern, ihren Frauen und einigen Kindern, einem unbekannten Ziel entgegen. Als am nächsten Morgen die zurückgebliebenen Matrosen erwachten, sahen sie die Matavia-Bucht leer. Und selbst am fernsten Horizont war kein Segel mehr zu erblicken. Die Bounty war und blieb verschwunden. Und erst nach einem Vierteljahrhundert hörte man wieder von ihr und Fletcher Christian. Was war aber inzwischen mit dem ausgesetzten Kapitän Blei und den 18 Männern geschehen, die trotz allem zu dem grausamen Kapitän hielten? Gehen wir zurück zu dem Moment, als sie im offenen Boot von der Bounty ausgesetzt wurden. Wohin steuern wir, Sir? Wie wir hören, nehmen die vermaledeiten Schurken Kurs auf Tahiti. Dorthin können wir also nicht zurück, wenn nicht auch mit Häuptling Toho befreundeten. Was schlagen Sie vor, Mr. Freyart? Ich weiß es nicht, Sir. Aber ich bin Ihrer Meinung, dass die Rückfahrt nach Tahiti uns verwehrt ist. Nach meiner Rechnung befanden wir uns, als die verfluchte Meuterei ausbrach, geraten in der Nähe von Tofu, die zu der Gruppe der freundlichen Inseln gehört. Dort müssen wir versuchen, Wasser und Lebensmittel zu finden. Denn von dem Bissen Proviant, den uns die Schurken Gnedis mit auf den Weg gegeben haben, können wir keine fünf Tage leben. Das ist wohl die Absicht der Meuterer. Wenn dieses mit 19 Menschen überladene Boot nicht vorher kentert, sollen wir elerniglich verdursten und verhungern. Deswegen soll die eiserne Ration solange es geht nicht angerührt werden. Versuchen wir also unser Heil auf Tofu, wo wir uns bestimmt mit Wasser und Lebensmittel versorgen können. Also Kurs, Südost! Verzeihung, Sir. Und was dann? Schiffe sind hier selten. Wahrscheinlich ist die Bounty das einzige größere Fahrzeug auf diesem breiten Garten. Es gibt nur eine einzige Chance für uns. Die holländische Kolonie Timor in Ostindien. Aber Sir, Timor liegt mehrere tausend Seemeilen entfernt. Und das in einem offenen Boot, das mit 19 Mann hoffnungslos überladen ist. Bei halbwegs starkem Seegang kommen wir aus dem Wasserschöpfen nicht heraus. Können wir uns überhaupt aufs offene Meer wagen? Was bleibt uns anderes übrig? Zuerst werden wir mal auf Tofu unseren Proviant auffüllen. Inselnsicht im Südosten! Das muss Tofu sein! Schade, dass die Abenddämmerung den Tropen so rasch hereinbricht, sodass wir nicht mehr viel erkennen können. Das Ufer scheint hier zu steil zu sein. Wir können nicht im Dunkeln landen. Wir müssen die Nacht im Boot verbringen. Simpson und Norton werden mit zwei Rudern das Boot auf der Leeseite der Insel halten, während die anderen sie schlafen legen. Ich halte Wache und werde nach zwei Stunden für Ablösung sorgen. Gute Nacht, Leute! Gute Nacht, Sir! Alles ausgeschlafen, Leute? Ja! Dann wollen wir die Insel erforschen. Noch einmal! Unser Proviant darf nicht angetastet werden. Wir wollen uns auf der Insel verpflegen. In Gruppen werden wir das Ufergelände durchstreifen und Ausschau nach frischem Wasser, Kokosnüssen und Brotfrüchten halten. Aber seid vorsichtig und rührt keine Beeren an, die ihr nicht kennt. Sie könnten giftig sein. Der Zahlmeister hatte Kapitän Bleis Logbuch mit ins Boot genommen und Blei machte weiterhin Notizen, um, wie er einmal feststellte, ein Dokument in der Hand zu haben, mit dem er seine Handlungen, seine Ehre und seinen Charakter gegen Verdächtigungen verteidigen konnte. So, da kommt eine Gruppe zurück mit zwei Eingeborenen. Sie bringen uns zwei Kokos-Schalen Wasser. Ich will versuchen, sie zu Freunden zu gewinnen. Hier, Wasser. Danke, danke. Es ist schön von euch, uns Wasser zu bringen. Könnt ihr nicht noch mehr Wasser bringen und Brotfrüchte überhaupt essbares? Da, da kommen noch andere Eingeborene. Viel bringen die aber nicht. Immerhin wächst unser Vorrat. Jetzt kann jeder von uns eine Viertel Brotfrucht und eine Kokosnuss bekommen. Wir wollen jetzt ein gutes Feuer machen und uns zum Schlafen niederlegen. Mr. Freyer, Sie und Norden übernehmen die erste Wache. Die Morgensonne scheint bereits so kräftig, dass wir uns etwas beeilen sollten. Auf! Wir haben noch viel vor uns. Mr. Freyer, Sie übernehmen die größere Gruppe, bewaffnen sich mit leeren Schalen und suchen den Tälern nach Wasser. Sir, es kommen immer mehr Eingeborene. Dort oben und jetzt aus den Tälern. Eben erzählte auch der Zimmermann, dass noch ganz in der Ferne zwei Riesenkanus zu sehen sind. Da kommt ja auch Mr. Freyers Gruppe wieder zurück. Er hat einen Eingeborenen bei sich. Der ist so stattlich gekleidet. Vielleicht ist er ihr Häuptling. Das ist Häuptling Evo. Ich heiße euch herzlich willkommen, Häuptling Evo. Sir, die Eingeborenen wollen unser Boot an Land ziehen. Ah, Schiffsjunge, gib mir mal schnell mal den Säbel, danke. Loslassen oder ich schlage dem Säbel zu. Häuptling Evo, sag den Männern, dass sie die Leine loslassen sollen. Kura, Ava Gingu, Ava Gingu. Ein Glück. Wir hören auf ihn. Vielleicht sind der Häuptling uns wohl. Da kommt auch die andere Gruppe. Wie viel Wasser habt ihr insgesamt? Etwa drei Galunen. Dazu haben wir eine schöne Portion Brotfrüchte von den Eingeborenen bekommen. Nur scheinen immer mehr Insulaner sich hier entstellig einzugeben. Unsere Lage wird immer brenzlicher. Matrosen, ich glaube, dass hier nichts mehr zu ernten ist. Wir müssen wohl warten, bis Sonnenuntergang. Wenn wir jetzt Reißhaus nehmen, müssen wir uns den Weg zum Buddha kämpfen. Nachts ist es leichter. Sir, hören Sie das? Siman, die Herrschaften haben in jeder Hand einen Stein und schlagen sie aufeinander. Ob Sie sich Mut machen wollen oder ist das ein Angriffszeichen? Egal. Vorläufig wollen wir so tun, als ob es uns nichts anginge. Zuerst wollen wir in Ruhe essen. Jeder bekommt eine Brotfrucht und eine Krokosnuss. Häuptling Evo, mit Essen? Evo dankt. Er hat schon gegessen, nimmt aber gern Platz. Warum weißer Häuptling nicht dem Platz? Häuptling Evo, ich liebe es, beim Essen rumzugehen. Freier, ich werde mich hüten, mich hinzusetzen. Da werden Sie mich leicht überwältigen können. Freier, tragen Sie jetzt mit Ihrer Gruppe die Vorräte langsam, aber sicher ins Boot. Aber lasst nichts in die Brandung fallen. Sir, es werden immer mehr Eingeborene und alle mit Steinen. Nur keine Bange, mein Junge, wenn Sie auch keine Anstalten treffen, uns zu verlassen. Ah, jetzt machen Sie sogar Feuer an. Verschiedene Gruppen scheinen miteinander zu beratschlagen. Oh, Schiff, Junge, geh zum Bootsmann. Ich befehle ihm, wenn er uns alle zum Strand gehen sieht, soll er sofort das Boot so dicht wie möglich am Ufer halten, damit wir uns schnell einschiffen können. Geh in Ordnung, Käpt'n. Packt nun alle eure Sachen. Legt sie griffbereit hin. Ah ja, so. So, jetzt geht die Sonne gleich runter. Los, in aller Ruhe, aber zügig zum Boot. Du nicht die Nacht bei uns bleiben? Nein, Röppling, ich schlafe niemals außerhalb meines Bootes. Aber morgen wollen wir wieder miteinander handeln. Ich will auf Tofu bleiben, bis sich das Wetter aufklärt. Dann fahren wir zusammen nach Tongatbo und besuchen König Pulao. Warum du nicht die Nacht bei uns bleiben? Nein, Röppling, ich bleibe nicht. Warum hat er Sie so brüsk stehen lassen? Er geht zu seinen Leuten und wird uns wohl bald angreifen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Boot. Alle Mann im Boot? Halt! Halt! Norton! Kommt sofort zurück ins Boot! Der Verrückte! Was fällt dir ein? Lasst das Kabel vor sich! Norton, sieh dich um! Ach, zu spät. Wir können nicht retten. Nicht einmal reichen. Sie erschlagen ihn mit den Steinen. Wir müssen an uns selbst denken. Seht euch vor den Steinen vor, mit denen sie nach uns werfen. Aua! Sammel die Steine auf, die ins Boot fallen und werf sie zurück. Aber erst, wenn sie näher kommen. Sie füllen jetzt ihre Kanus mit Steinen. Verdammt! Ihre Kanus sind schneller als unser Boot. Hoffentlich bricht die Dunkelheit bald herein. Sie holen uns ein. Wo sind meine Uniformstücke? Los! Werf sie ins Wasser! Die bunten Lappen werden ihre Neugier kitzeln. Sie stoppen ihre Kanus und sammeln die Uniform auf, wie die Affen. Ah, wir sind gerettet. Und hier draußen auf dem offenen Meer ist unser Boot schneller. Hurra für Käpt'n! Hurra! Dann brechen wir erst ein Gebet für John Orton. Er war ein tüchtiger Seemann. Ja, verdammt. Wir danken, dass du deine Hände und sie seht auf den Orten und deine Hände hinterher. Amen. Amen. Nun müssen wir aber an uns denken, sonst erhält uns das gleiche Schicksal. Wir müssen jetzt längst der Westküste von Tofu kreuzen. Wenn man die Gruppe der Inseln, zu denen Tofu gehört, die freundlichen Inseln getauft hat, welch einen Empfang werden uns dann die Bewohner der anderen Inseln bereiten. Kameraden, unsere einzige Chance bleibt die holländische Kolonie Timor. Aber Timor liegt fast 4000 Seemeilen entfernt. Wir müssen also unseren Proviant eisern einteilen. Oder wollen wir versuchen, ob andere Inseln uns vielleicht freundlicher empfangen? Nein, Herr Piepenblemer. Nein, wir vertrauen uns dir an. Was sie auch beschließen, ist... Zuerst müsst ihr mir feierlich versprechen, euch mit ganz geringen Portionen zufrieden zu geben. Keiner von uns wird bevorzugt. Aber wir wollen eine genaue Bestandsaufnahme machen. Wie viel Zwieback? 150 Pfund. Wie viel Wasser? 28 Galonen. Dazu 20 Pfund Schweinefleisch, drei Flaschen Wein, fünf Quadflaschen Rum, paar Kokosnüsse und einige Dutzend Brotfrüchte. Ein großer Teil wurde bei unserem hastigen Rückzug leider zertrampelt. Wir sind jetzt 18 Mann. Die Fahrt nach Timor geht an Neuholland vorbei, das manche auch Australien nennen. Von jetzt ab gibt es pro Kopf und Tag nicht mehr als eine Unse Brot und ein Viertelpinte Wasser. Ihr habt versprochen, euch damit zu begnügen. Eintönig und hoffnungslos verstrichen die Tage. was für ein Tag ist heute? Heute ist Sonntag, 3. Mai. Verwünscht. Der Sturm nimmt an Heftigkeit zu. Seht, wie unheimlich rot die Sonne ist. Das kündet schweres Wetter an. Aufpassen, wenn eine hohe Welle in unser Boot schwappt, dass die Brotsäcke nicht nass werden. Ohne Zwieback müssen wir eh dann verhungern. Das Boot liegt zu tief im Wasser. Wir können gar nicht so schnell schöpfen. Wir müssen das Boot von jeder überflüssigen Last befreien. Das genügt, wenn jeder zwei Jacken besitzt. Werft also eure übrigen Sachen alle über Bord. Dann haben wir auch mehr Platz und können schneller das Wasser ausschöpfen. Zimmermann, was ist in Ihrem großen Kasten? Meine Werkzeuge, Sir, und die sind sehr wichtig für uns. Die können Sie irgendwo auf dem Boden verstauen. Schüttet den Zwieback in den Kasten, dann kann er nicht feucht werden und faulen. Vergesst nicht, dass unsere Lebensmittel acht Wochen reichen müssen. So, heute in Anbetracht des rauen Wetters, das uns bis auf die Haut durchnässt hat, bekommt jeder einen Teelöffel Rum. Dazu eine Viertel Brotfrucht. Montag, 4. Mai. Beim Morgenanbruch waren unsere Gliedmassen so abgestorben, dass wir uns kaum rühren konnten. Ich servierte daher jedem einen Teelöffel Rum, der Wunder wirkte. Zum Mittagessen zerteile ich fünf kleine Kokosnüsse und alle waren zufrieden. Im Laufe des Tages sahen wir ein Dutzend Inseln, wir ernährten uns aber keiner. Zur Nacht servierte ich ein paar zertrampelte Brotfruchtstückchen und hielt das Gebet. Sir, wo sind wir eigentlich? Wir passierten heute zwei Inseln. Das kann ich ohne Karte auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir wie geplant Kurs auf den Norden von Neu-Holland halten. Das Schlimmste ist, dass wir nachts aneinander gepresst wie eingepückelte Heringe unsere Glieder nicht richtig ausstecken können. Und dagegen kann ja das getan werden. Eine Hälfte von uns wird jetzt immer wacher halten, während die andere Hälfte ausgestreckt auf dem Boden schlafen kann. Wenn nur die Nächte nicht so nass kalt wären. Noch ein paar Stunden Schlaf können wir uns kaum rühren. Sir, von der Insel kommen zwei große Kanus. Die wollen Jagd auf uns machen. Aber wir sind schneller. Vielleicht haben Sie gar keine bösen Absichten. Möglich. Aber nach unserem traurigen Abenteuer auf Tofu habe ich keine Lust, es auszuprobieren. Jetzt fängt zu allem Unglück auch noch zu regnen an. Unsere Sachen werden nie trocken. Unglück? Ein großes Glück ist es, Junge. Jetzt können wir unseren Durst wie im Schlaraffenland stillen. Vor allem können wir unseren Trinkwasservorrat auffüllen. Ah, wie das bladert. Ah, Leute, seid ihr noch durstig? Haha, seht mal, viele Kaloren Wasser haben wir geerntet. Sonnabend, 17. Mai. Das Andauern stürmischer Wetter halte ich für einen Segen, geschickt von der Vorsehung. Wenn die Tage trocken und heiß gewesen wären, würden wir wohl vor Durst umgekommen sein, wovor uns aber das stürmische und regnerische Wetter geschützt hat. Jeder beklagt sich und einige geforderten Extra-Rationen, die ich aber hart abgelehnt habe. Welcher Tag ist heute, Sir? Sonntag, der 24. Mai. Der Himmel scheint sich endlich einmal aufzuklaren. Zum ersten Mal seit 15 Tagen scheint die Sonne. Heraus aus unseren nassen Kleidern. Ach, welch eine Wohltat. Na los, hängt euer Kleider zum Trocknen auf. Sir, was machen Sie denn da? Seht mal alle her. Ich habe zufällig 25 Pistolenkugeln in dem Boot gefunden. Leider haben die rebellischen Schurken uns keine Pistole gelassen. 25 Kugeln wiegen genau 1 Pfund oder 16 Unzen. Bisher habe ich immer nach Augenmaß verteilt. Jetzt wird eine Kugel das Gewicht der Brotmenge exakt angeben, die jedem von uns täglich zusteht. Und niemand kann sich mehr für über Vorteil halten. Zwei Kokosschallen bilden die Waage. Heute gießt es wieder. Die Tropen stehen mir bis dahin. Die zweite Schlechtwetterperiode hielt acht Tage an. Kapitän Blei befahl seinen völlig geschwächten Leuten, ihre nasskalten Sachen auszuziehen und tüchtig im warmen Salzwasser des Tropenmeeres auszuwringen. So erreichte der trickreiche Kapitän, dass seine Männer sich bewegten und dadurch wieder langsam erwärmten. Die letzte Nacht war wieder unerträglich, Sir. Ihr müsst uns eine Extra-Ration geben. Ihr könnt noch so viel jammern, ich muss hart bleiben. Unser Ziel Timur liegt noch in weiter Ferne. Übrigens scheint sich besseres weiterhallen zu können. Ich fürchte, es kommt zu spät. Schauen Sie uns und auch sich selbst an. Wir sind nur noch Haut und Knochen und überall haben wir offene Stellen und Geschwüre. Wir sind am Verhungern. Ach, lassen wir erst mal die warme Sonne auf unsere geplagten Körper scheinen, dann werden wir weitersehen. Da sind Vögel. Sie fliegen auf unser Boot zu. Ah, es sind Popis und Norris. Sie kündigen Land an. Endlich einmal brauchen wir nicht mehr Wasser zu schöpfen. So ruhig ist die See. Zimmermann, reichen Sie den Brotkasten her. Ich will sehen, wie viel Brot wir noch haben. Wenn wir bei unserem täglichen Quantum bleiben, reichen wir 29 Tage und bis dahin hoffe ich, Timur zu erreichen. Wir müssen aber mit widrigen Winden rechnen, sodass uns dann nichts anderes übrig bleibt, als nach Java zu steuern. Das bedeutet, wir müssen unseren Vorrat so einteilen, dass er für sechs Wochen reichen muss. Jeder erhält ab heute ein 25. Pfund Brot zum Frühstück, dieselbe Menge zum Mittagessen. Wenn wir die Abendportion auslassen, reicht unser Vorrat 43 Tage. Seid ihr einverstanden? Na ja, ist schade. Die Noddies kommen sich nicht dicht ans Boot heran. Vielleicht können wir einen fangen. Ja, natürlich. Haltet mal den Mund. Wir wollen Sie nicht erschrecken. Da, Junge. Greift zu. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Komm, gib her. Er wird gleich in 18 Teile zerlegt. Und diese werden nach dem bekannten Spiel Wer soll dies haben? verlost. Schiffsjunge, dreh dich um mit dem Rücken zu uns. Ich werde jetzt auf eine Portion deuten und du nennst deinen Namen, wer sie erhalten soll. Wer einen Fuß oder Kopfteil erhält, hat Pech. Aber anders geht es nicht. Die Soße zu unserem rohen Steak bildet das Salzwasser. Also, wer soll dies haben? Ich. Er hat Angst, dass er sich auslässt. Guten Appetit, Junge. Donnerstag, 28. Mai. Ich gewann die Gewissheit, dass wir uns Neuholland näherten. Die Gewissheit wurde bestätigt. Nachdem wir das große Riff passiert hatten, befanden wir uns in glattem Gewässer. Zwei Inseln lagen vor uns. Die nahe Insel stellte sich aber als ein Haufen Steine heraus. Wir fuhren zur zweiten. Wir landeten und untersuchten, ob Eingeborene in der Nähe seien. Wir sahen alte Feuerstellen, aber nichts, was auf eine unmittelbare Gefahr deutete. Jeder war bestrebt, etwas Essbares zu finden. Bald wurde entdeckt, dass Austern an den Felsen klebten, denn es war Ebbe. Aber es wurde dunkel, sodass nur ein paar gesammelt werden konnten. Freitag, 29. Mai. Allem Anschein nach waren keine Wilden zu befürchten. Ich schickte verschiedene Gruppen aus, die Lebensmittel suchen sollten, während andere das Boot reparieren mussten. Die Gruppen kehrten bald freudig zurück. Sie hatten viele Austern und Trinkwasser gefunden. Mit einem kleinen Vergrößerungsglas machte ich ein Feuer an. Welcher ein Glück, Zimmermann, dass ihr von der Bounty auch euren Kupfertopf mitgenommen habt. Mit etwas Schweinefleisch, etwas brodenden Austern werden wir uns jetzt ein saftiges Steak bereiten, das jedem Verwöhnten Feinschmeckermunden dürfte. Kapitän, es duftet bereits herrlich. Hoffentlich werden wir hier unsere ständigen Schwindelgefühle los. Wir können kaum noch gerade gehen. Es ist mehr ein Torgeln und dann diese Schwäche in den Gelenken. Ein paar Tage Aufenthalt auf dieser Insel werden uns gut tun. Ach, ist das herrlich, hier im Sanne sich so richtig ausstrecken zu können. Sir, die Austern kleben so fest, dass wir sie nur mühsam vom Felsen ablösen können. Es ist einfacher, sie an Ort und Stelle zu öffnen. Und in den Sandtälern zeigen dichte Schilfbüschel an, wo der Boden feucht ist. Stößt man dort einen Stock einen halben Meter in den Boden, so findet man genügend Wasser. Immer noch führte Kapitän Blei gewissenhaft sein Logbuch. Da am 29. Mai der selige König Charles II. wieder eingesetzt wurde, taufte ich die Insel, die uns so viel beschert hatte, Restaurationinsel. Unser kurzer Aufenthalt, nicht zuletzt die Ausland und das Wasser, hatten in unserem Befinden, wie in unserem Aussehen, eine sichtliche Besserung bewirkt. Als wir uns am nächsten Morgen zur Abfahrt rüsteten, tauchten vom gegenüberliegenden Ufer zwanzig Eingeborene auf, die auf uns zuliefen, mit unverständlichen Schreien. Jeder war bewaffnet mit einem Speer oder Lanze, dazu trugen sie in der linken Hand eine kleine Waffe. Sie machten uns Zeichen, zu ihnen zu kommen, aber ich hielt es für klug, ins Boot zu steigen und weiter zu fahren. Sie waren nackt und völlig schwarz und ihr Haar buschig und kurz. Auf der Fahrt längs der Nordküste Australiens berührten die Ausgesetzten viele kleine Inseln. Als Blei einmal landen ließ und Trupps nach Lebensmitteln ausschickte, weigerten sich verschiedene Matrosen mit der Begründung, sie hätten bereits schwerer als ihre Kameraden gearbeitet. Sie wollten lieber ohne Essen bleiben. Hey Zimmermann, was ist? Wollt ihr den Trupp nicht begleiten? Ein Mann, der so geschickt mit der Axt umgehen kann, ist für dieses Unternehmen genau der Richtige. Das weiß ich, aber ich sehe nicht ein, dass ich überall dabei sein muss. Da heißt es, Zimmermann hier, Zimmermann dort. Ich bin genauso gut wie ihr und vielleicht noch ein bisschen praktischer. Alle brauchen meine Axt und mich oben rein. Was fällt ihm ein, Schorke? Ich bin und bleibe euer Kapitän und wer sich mir in den Weg stellt, der soll mich kennenlernen. Ich bin der Kommandant. Wenn ihr genauso gut sein wollt, bitte, hier ist ein Säbel. Ich nehme auch einen. Und nun zeigt, was in euch steckt. Seid ihr nun Manns genug, um euch zu stellen? Na los! Ergreift den Säbel! Ah, ihr habt wohl Angst, euch zu verteidigen. Hilfe! Helft! Der Komitein will mich töten! Ich will ja mitgehen! Ich gehe jetzt so! Hören Sie, diesem Schindler zu folgen! Bootsmann! Bootsmann, hören Sie! Die Leute sind aufgebracht. Ich glaube, wir müssen Käpt'n Blei unter Arrest stellen. Was, Mr. Freyer? Sie fallen mir bei der Ausübung meiner pflichtenden Rücken, wenn ich für Ordnung und Disziplin sorge? Ich schwöre Ihnen, wenn Sie mich weiterhin dabei stören werden, muss ich und werde ich Sie als Ersten töten! Verzeihen Sie, Sir. Ich habe mich hinreißen lassen. Ich sehe, dass Ihr energisches Vorgehen die einzige Möglichkeit war, dem Tumult rechtzeitig zu begegnen. Hauptsache, dass die alte Harmonie unter der Besatzung wiederhergestellt ist. Sir, Sir, ich bitte Sie, Sie können sich von jetzt ab völlig auf mich verlassen! Sechs Tage steuerte Blei das Boot längs der Nordküste Australiens. Die zahlreichen Aufenthalte auf den Inseln bekamen der Mannschaft gut, so dass Blei es glaubte, wagen zu dürfen, Neuholland zu verlassen und wieder aufs offene Meer hinauszufahren. Er stellte der Mannschaft in Aussicht, dass sie Timor in acht bis zehn Tagen erreichen würden. Wären wir doch in Neuholland geblieben. Jetzt sind die Nächte wieder entsetzlich, kalt und feucht. Sir, Sie haben vergessen zu bedenken, dass wir in der Südsee damals noch in besserer körperlicher Verfassung waren als jetzt. Die paar Aufenthalte auf den Inselnreichen nicht aus. Um uns wieder fit zu machen. So schwach haben wir uns noch nie gefühlt. Schlafen, schlafen. Aber ist man erst einmal eingeneckt, schreckt man im nächsten Moment wieder auf. Ich weiß nicht. Ich verstehe alles so schwer und oft gar nicht. Ich begreife manches nicht, was gesprochen wird. Stört meine Berechnungen nicht. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass wir den Meridian passiert haben, der durch den Ostteil von Timor geht. Kameraden, eure Leidenszeit hat ein Ende. Wir müssen bald Timor sehen. Am nächsten Morgen, es war Freitag, der 12. Juni, wurde Timor gesichtet. Kapitän Blei hatte es mit beispielloser Willenskraft und mit nicht minder großer seemännischer Geschicklichkeit verstanden, das überladene, offene Boot nach einer entbehrungsreichen Fahrt von 41 Tagen über 3618 Meilen an das Ziel zu bringen. Vier Überlebende erlagen bereits auf Timor ihren Leiden. Ein Matrose starb auf der Heimfahrt nach England, während ein anderes vorzog, auf Timor zu bleiben. Mit elf Überlebenden landete Kapitän Blei am 14. März 1790 in England. Wenn die Admiralität ihm auch eine Rüge erteilte, wegen seiner Härte, alle Welt war voll von Bewunderung, voll Lob über seine Fahrt im offenen Boot. Blei wurde zum Schiffskommandanten befördert. Zugleich wurde die Fregatte Pandora und der Kapitän Edwards nach Tahiti beordert, die Bounty und die Meuterer nach England zurückzubringen. Am 23. März 1791 erschien die Pandora in der Matavia-Bucht. Kurze Zeit später ruderte ein Weißer in einem Kanu auf die Pandora zu. Sir, Joseph Kuhlman, früherer Kanonier auf der Bounty, meldet sich an Bord. Her mit den Borschen. Sir, hier ist Kanonier Kuhlman. Verdammter Verräter! Was habt ihr mir zu sagen? Sir, ich habe nie an der Meuterei teilgenommen und wollte Käpt'n Blei folgen, wurde aber zurückgewiesen, weil das offene Boot schon überladen war. Ich bin auch den Rädelsführern nicht gefolgt, sondern hier in Tahiti geblieben, um eine Rückkehr nach England zu betreiben. Sie können Käpt'n Blei befragen. Warum hat er zugelassen, dass man Käpt'n Blei fesselte? Ich war waffenlos, wie meine Kameraden. Wir hatten keine Chance gegen die Rädelsführer. Die hatten alle Waffen. Wo ist die Bounty und wo sind die Rädelsführer? Sir, das weiß ich leider nicht. In einer Nacht verschwand die Bounty mit acht Rädelsführern, sechs Eingeborenen und acht Frauen an Bord. Leutnant Fletcher Christian fürchtete, dass die englische Admiralität sie zur Verantwortung ziehen werde. Wir wissen nur, dass sie eine unbekannte Insel, wahrscheinlich in der Marqueser-Gruppe zu finden hofften, um sich dort zu verbergen. So, und wo sind die anderen Teilnehmer der Meuterei? Wir sind 18, die Fletcher Christian nicht folgten und lieber auf Tahiti bleiben wollten. Der größte Teil von ihnen war keineswegs mit der Meuterei einverstanden. Wir waren aber hilflos gegen die Bebellen. Sie bitten, um Gnade zu euch sprechen zu dürfen. Sprachst du vorhin nicht von 18 Mann und jetzt sind es nur 16? Verzeihung, Sir, die Matrosen Boyen und Norman, die ein schlechtes Gewissen haben, sind in die Berge geflohen. Ordonanz, sämtliche Leute der Bounty sind sofort in Eisen zu setzen, während zwei Abteilungen unter den Leutnants Stone und Beckett nach den beiden Flüchtlingen fahnden. Ich selbst werde mich mit Häuptling Two in Verbindung setzen. Sir, ich habe wirklich nicht an der Meuterei teilgenommen. Pappalapapp, das kannst du vor der Admiralität beweisen. Ich bringe euch, Herr Lunk, jedenfalls sicher nach Spithead. Wie sich bald herausstellte, waren die beiden Flüchtlinge von Eingeborenen getötet worden. Mit 16 Mann in Ketten machte sich nun die Pandora auf die Suche nach der Bounty. Aber alle Nachforschungen in den verschiedensten Inselgruppen der Südsee blieben ergebnislos. Ohne die Bounty machte sich Kapitän Edwards auf den Heimweg. Auch er war ein grausamer Mann. Vier der Meuterer quälte er zu Tode. Aber er war nicht nur grausam, er war auch unfähig. Die Pandora geriet auf einen Riff und ging verloren. Mit dem Schiff versanken zwei Unglückliche von der Bounty. Die restlichen zehn Meuterer rettete der Bootsmann der Pandora, der die Gefesselten gegen den Befehl Kapitän Edwards von den Ketten befreite. Ein englisches Kriegsschiff nahm Edwards die Besatzung und die Überlebenden der Bounty auf. Sein menschenfreundlicher Kommandant weigerte sich aber, sie wieder, wie Kapitän Edwards es wollte, in Ketten zu legen. In England wurden vier von den zehn sofort auf freien Fuß gesetzt. Sechs wurden verurteilt. Davon drei begnadigt, drei aber als Feinde der Krone auf Spithet gehängt. Von der Bounty und den Meuterern hörte man erst im nächsten Jahrhundert wieder, als 1814 zwei englische Kriegsschiffe unter den Kapitänen Staines und Pipen zufällig vor der als unbewohnt geltenden Insel Pitcairn Island im Pazifik vor Anker gingen. An einem strahlenden Sommermorgen betrachtete Kapitän Staines durch ein Fernrohr prüfend die Küste der Insel Pitcairns. Leutnant, schauen Sie doch mal durchs Rohr, was halten Sie davon? Sir, auf der Insel, die doch als unbewohnt gilt, glaube ich, bebaute Felder auszumachen. Das ist doch merkwürdig. Ach, und da kommt auch ein Kanu. Es wird von zwei jungen Männern gepaddelt. Die sehen aber keineswegs wie Eingeborene der Südseeinseln aus. Merkwürdig. Nach allen Berechnungen muss das Pitcairns Island sein, über das vor einem halben Jahrhundert von Kapitän Carterer zuerst berichtet wurde. Sein Kadett Pitcairn hat sie vom Mastkorb aus gesichtet. Seitdem heißt es Pitcairns Island. Wegen der starken Brandung an dieser Insel ließ man sie aber immer seitwärts liegen. Sie galt bis jetzt als unbewohnt, was aber anscheinend nicht mehr der Fall ist. Ich bin gespannt, was die Paddler von uns wollen. Hallo, werft uns ein Seil zu. Matrosen, los, werft ihnen ein Tau zu. Das ist ja erstaunlich. Hier auf der einsamsten Stelle des Pazifik treffen wir auf Menschen, die unsere Muttersprache beherrschen. Es scheint sich aber nicht um Schiffbrüche hier zu handeln. Willkommen an Bord. Wir begrüßen sich, Sir. Ich bin ehrlich erstaunt, unsere Muttersprache in diesem Teil des Weltmeers zu vernehmen. Wer seid ihr? Ich bin Dienstagoktober Christian. Mein Vater war Fletcher Christian, der sich gegen das grausame Regiment Captain Blyce auf der Bounty erhoben hat. Und ich heiße Edward Young. Mein Vater gehörte ebenfalls zu den Meuterern. Und wenn ihr geruht, unsere Insel zu betreten, so werdet ihr den einzigen Überlebenden der neuen Meuterer kennenlernen, die damals vor mehr als 25 Jahren auf der Bounty Tahiti verließen. Unseren Vater John Adams. Ich werde gern eure Einladung Folge leisten. Aber vorher müsst ihr meine Gäste sein. Leutnant, lassen Sie für meine Gäste ein Willkommensmal anrichten. Bis dahin möchte ich Ihnen aber, Mr. Christians und Mr. Young, so sagtet ihr doch, unser Schiff zeigen. Besonders dürfte unsere Inselbewohner unsere Milchlieferantin Mary Ann interessieren. Sir, was ist das? Ist das eine Riesenziege? Nein, Christian, das muss ein gehörntes Schwein sein. Weder noch, meine jungen Freunde. Das ist eine Kuh. Was habt ihr für Tiere auf Pitcairn Island? Ziegen, Schweine und Hühner, die unsere Väter von Tahiti mitnahmen. Sir, das Mahl ist bereitet. Bitte, meine Freunde, nehmt Platz. Verzeiht, Sir, wir sprechen vor jedem Essen ein Tischgebet. Vater unser im Himmel, du bist wieder gnädig zu uns gewesen. Segne, was du uns beschert hast. Amen. Amen. Nun, nehmt Platz und lasst es euch schmecken. Und Sie, Leutnant, lächeln Sie nicht über diese aufrichtige Frömmigkeit. Ich hoffe, dass auch Sie einst, wie ich, als Kind ein Tischgebet erlernt haben. Es ist ein schöner, frommer Brauch. Wer hat ihn euch gelehrt? Vater John Adams. Er ist unser aller Vater. Ihr werdet ihn sehen, wenn ihr die Insel besucht. sagt eurem Vater, dass ich ihn am nächsten Morgen besuchen komme. Holt mich dann bitte ab. Voller Sorgen erwartete eine mehr als 40-köpfige Schar die Ankunft des englischen Kapitäns. Sir, ein reuiger Sünder, der weiß, dass er schwer gefrefelt hat und der die Untat aus tiefstem Herzen bereut. Bittet Gott, dass er ihre Ankunft zum Segen für die Gemeinde gedeihen lasse. John Adams, ich habe in der Nacht die Besatzungsliste der Bounty durchstudiert. Ich habe aber euren Namen darin nicht gefunden. Ich bin Alexander Smith, erster Matrose der Bounty und habe mich John Adams genannt, als ich mit meiner fluchbeladenen Vergangenheit brach. Die Bibel und die Reue haben mir den Weg zur Sühne und zur Versöhnung gewiesen. Gott hat, so glaube ich, verziehen, wie das Beispiel dieser christlichen Gemeinschaft zeigt. Aber eine weltliche Schuld verlangt auch eine weltliche Sühne. Ich bin daher ihr Gefangener, Sir. England, meine Heimat, mag mir den Tod geben, den ich verdient habe. Fürchtet nichts, Alexander Smith oder John Adams. Wo Gott verziehen hat, soll der Mensch nicht mehr richten. Was eure Missetat betrifft, die euer Gewissen belastet, so ist diese vor mehr als 25 Jahren geschehen. Und nach Englands Gesetz darf keine Schuld bestraft werden, die mehr als ein Vierteljahrhundert zurückliegt. Es hieß auch, eine neue Freveltat begehen, wenn ich euch eurer Gemeinde, die ihr zu einer wahrhaft christlichen Gemeinschaft erzogen habt, entrisse und euch den Strapazen einer Schiffsreise aussetzte. Aber ihr müsst mir berichten, was aus der Bounty und was aus Fletcher Christian und den anderen Meuterern wurde. Ich danke euch, Sir. Als die Bounty in einer mondklaren Nacht heimlich Tahiti verließ, wusste nur ihr neuer Kapitän Fletcher Christian, welchen Kurs sie einschlagen würde. Ich erinnere mich noch heute, nach 25 Jahren, wie Kapitän Christian uns damals alle auf Deck versammelte und uns unsere Lage genau erklärte. Kameraden, ihr seid mir gefolgt, weil ihr meiner Meinung seid, dass wir auf Tahiti eines Tages von den englischen Spürhunden gefunden werden. Hoffentlich werden die anderen es nicht bedauern, dass sie auf meine Warnung nicht gehört haben. Aber wo finden wir einen sicheren Schlupfwinkel? Es kann nur eine entlegene, unbekannte Insel sein. Können wir einen solchen Unterschlupf nicht auf der Inselgruppe der Marquises oder den freundlichen Inseln finden? Ja, Die englischen Kriegsschiffe werden diese bekannten Inselgruppen Stück für Stück durchstöbern. Ich erinnere mich aber in einem Reisebericht des Käpt'n Carteret um 1760 gelesen zu haben, dass sie auf einer Reise, die ihn von Valparaiso in die Südsee führte, im Pazifik, weit vor dem Eintritt in die Südsee, einer einsamen Insel passierte, die ihr nach dem Kadetten, der sie vom Mastkorb aus entdeckt hatte, Pitcairn Island taufte. Wegen der gerade herrschenden starken Brandung landeten sie nicht. Diese Insel, die abseits der großen Routen liegt, wollen wir uns einmal ansehen. So machte uns Fletcher Kröschen, ein Mann von seltener Belesenheit, auf dieses abseits gelegene und versteckte Eiland aufmerksam, von dem wir bis dahin kein Sterbenswörtchen gehört hatten. Als Schluckwinkel musste Pitcairn für uns wie geschaffen sein. Aber Wochen, Monate lang suchten wir vergeblich nach dieser Insel. Viele Kameraden, vor allem Quintel und McCoy, verloren die Geduld und spotteten über Fletcher Christians Fantasieinsel und wollten Christian zwingen, seinen Plan aufzugeben. Aber Edward Young und ich, wir standen zu Fletcher Christian. Ich habe nie unter einem besseren Käpt'n gedient. Nach mehr als drei Monaten, wir hatten nur leere Wasserwüste um uns gesehen, tauchte plötzlich in der Ferne ein Bergkegel auf. Alles jubelte. Bald stellte es sich heraus, dass Pitcairn ein idealer Schluckwinkel war, auf dem sich herrlich und in Freude leben ließ. Kokosbäume gab es in Fülle und andere Obstbäume und Gemüsepflanzen und Brotfruchtschösslinge, die nicht vertreten waren, hatten wir von Tahiti mitgebracht. Am Anfang ging noch alles gut. Zum ersten größeren Konflikt kam es aber, als Fletcher Christian uns Meuterer zusammenrief. Kameraden, ihr habt mir Gehorsam und Disziplin geschworen, solange wir auf den Planken der Bounty sind. Ich bitte euch, das zu bedenken, wenn ich euch jetzt zu einem folgenschweren Entschluss raten möchte. Ihr wart mit mir einer Meinung, dass für die englische Admiralität die Bounty sich in Rauch auflösen müsste. Und das hat sie getan, indem wir nach Pitcairn Island segelten. Hier würden aber jetzt zufällig vorbeikommende Schiffe allein wegen der Bounty unsere Insel für bewohnt halten. Wir können die Bounty aber nicht verstecken. Und obwohl meine Kommandogewalt nur auf der Bounty gilt, so bin ich doch dafür, das Schiff zu verbrennen. Nein, Kapitän, muss das sein. Vielleicht in späteren Jahren, wenn Gras über die Sache gewachsen ist und wir nach England zurückkehren wollen, ist die Bounty die einzige Möglichkeit, unser einziges Mittel zur Rückkehr. Wir werden doch nicht so voreilig sein, es zu vernichten. Ich verstehe euch, Young. Aber ihr müsst es euch endgültig aus dem Kopf schlagen, dass die Admiralität uns etwas vergisst. Wir müssen das Beispiel der alten Griechen befolgen, deren Führer, um ihrer ganz sicher zu sein, die Schiffe verbrennen ließen. So müssen auch wir die Brücke hinter uns abbrechen. Wir müssen die Bounty verbrennen. Nicht nur, damit kein fremdes Schiff durch sie auf uns aufmerksam gemacht wird, sondern auch aus dem Grund, dass nicht plötzlich eine Gruppe Unzufriedener mit ihr das Weite sucht und uns in Gefahr bringt. Na ja, wir können die Hände aufhängen, aufhängen, aufhängen. Gut. So ist abgestimmt? Ja, ja, die Bounty verbrennen, verbrennen, verbrennen. Vorher lasst uns aber alle brauchbaren Sachen und Gegenstände an Land schaffen. Noch eines muss ich euch sagen, vor allem Quintel und McCoy. Wir haben Käpt'n Blei ausgesetzt, weil er uns tyrannisiert hat. Aber einige unter uns benehmen sich den wackeren Eingeborenen gegenüber unseren großen Helfern nicht besser. Vergesst nicht, wir sind auf sie angewiesen. Ja, das war vor 25 Jahren, Sir, als wir auf Käpt'n Christians Geheiß die Bounty in Brand steckten, damit durch sie nicht unser Schlupfwinkel verraten würde. Und noch heute wird mir das Herz schwer, wenn ich an das Schiff denke, das jahrelang unsere Heimat war. Fletcher Christian, der uns selbst den Rat gegeben hatte, die Bounty zu verbrennen, liefen die Tränen über die Wangen. Er wusste, dass damit ein für allemal der Rückweg nach Old England abgeschnitten war. Ich hasse Meuterei und werde sie stets hassen, aber ich gestehe, dass dieser Fletcher Christian einer der fähigsten Seemänner gewesen sein muss, die es je in unserer Marine gegeben hat. Man muss anerkennen, dass er die Meuterei völlig unblutig durchgeführt hat. Vor allem seine Fahrt nach Pitcairn mit einem zusammengewürfelten Haufen mit noch nicht einmal der Hälfte der Besatzung. Das ist eine Leistung, die jederzeit neben Kapitän Blyes Fahrt im offenen Boot genannt werden muss. Aber erzählt weiter. Ich möchte wissen, was mit der Besatzung der Bounty auf Pitcairn geschah. In den beiden ersten Jahren ging es gut, wenn auch der Müßiggang bald um sich griff, während die Eingeborenen und die Frauen die Felder bestellten. Dann aber gab ein trauriges Ereignis den Auftakt zu einer Reihe von schmerzlichen Geschehnissen. Meuterer und Eingeborene brachten sich wechselseitig um, bis nur noch zwei Weiße, die Frauen und die Kinder übrig blieben. Wie konnte es auf dieser idyllischen Insel zu so einem Gemetzel kommen? Sir, ein Paradies kann auch zur Hölle werden. Es kommt ganz auf den Menschen an, wie er es sich einrichtet. Die Frau von Williams stürzte beim Eiersuchen vom Gebirgsufer ins Meer. Williams nahm sich einfach die Frau eines Eingeborenen, was diesen und seine Landsleute erbitterte. Young und ich versuchten vergebens, Fletcher Christian auf die gefährliche Zuspitzung aufmerksam zu machen. Fletcher Christian, wir müssen etwas tun. Die Erbitterung unserer Eingeborenen wächst von Tag zu Tag. Jetzt haben sie sich eines großen Teiles der Waffen bemächtigt. Ach Young, lasst mich mit euren Unken rufen zufrieden. Ich will und werde die Eingeborenen nicht hindern, wenn sie es Quintel und McCoy heimzahlen. Ich habe sie mehrmals gewarnt. Aber sie sind doch über euch ergrimmt. Sie tragen es euch nach, dass sie sie, ohne sie zu fragen, aus Tahiti entführt, aus ihrem heimatlichen Paradies gerissen haben. Ihr seid verantwortlich. Ja, ich weiß. Ich fühle mich schuldig. Aber ich glaube nicht, dass sie es wagen, die Waffen gegen uns zu erheben. Ich hatte nur Kapitänsgewicht auf der Poff gegangen. Und damit hat sich auch meine Kommandogewalt in Rauch aufgelöst. Ich hörte heute, wie zwei Frauen sangen. Und zwar sollte ich es hören. Warum schärft dunkler Mann die Axt? Will er weißen Mann töten? Die wollten mich warnen. Seid unbesorgt, Miss. Ihr, Young und ich, wir haben sie immer fair behandelt. Herr Fletcher Christian, der an das Gute im Menschen glaubte, war von Young und mir nicht zu belehren. Er widmete sich nur noch seiner Familie. Aber es rächte sich, dass er die Dinge einfach laufen ließ, dass er das Kommando niedergelegt hatte. Als die erzürnten Eingeborenen über uns herfielen, machten sie keinen Unterschied. Der ahnungslose Fletcher Christian, der sie ja zu der Fahrt nach Pittkern gepresst hatte, ohne sie zu fragen, wurde ihr erstes Opfer. Ich werde ihn bis zu meinem Tode nicht vergessen. Erzählen Sie weiter, Joan Adams. Was geschah mit ihren unglückseligen Kameraden? Williams, Mills, Brown und Martin mussten ihren Übermut ebenfalls mit dem Leben bezahlen. Die Eingeborenen liefen amok und wurden bis auf den letzten Mann getötet. Nach den sinnlosen und schrecklichen Kämpfen waren nur noch Young und ich sowie Quintle und McCoy am Leben. Die beiden letzten, von jeher die bösen Geister der Meuterei, errichteten nun auf der Insel ein Schreckungsregiment. McCoy, der in einer Schnapsbrennerei aufgewachsen war, gelang es, aus den Wurzeln der Tee-Hieb-Pflanze ein starkes Getränk zu destillieren. Quintle assistierte ihm. Wenn sie betrunken waren, mussten wir um unser Leben zittern. Young und ich mussten ständig bewaffnet herumlaufen. Aber eines Tages wurden wir von McCoy erlöst. Gott sei seiner Seele gnädig. Und was passierte dann? Im Alkoholrausch torkelte McCoy auf einen Felsen, band sich einen Stein um den Hals und stürzte sich ins Meer. Jetzt war Quintle ohne Trinkkumpan und fühlte sich als Alleinherrscher von Pitcairn. Die Situation wurde für Young und mich immer bedrohlicher. Bis eines Tages... Wir leben in einer wahren Hölle, Smith. Quintle im Vertrauen auf seine riesigen Kräfte wird immer anmaßender. Nur, dass wir zu zweien und bewaffnet sind, hält ihn noch etwas zurück. Aber wie lange noch? Young, glaube mir, bei der nächsten Herausforderung müssen wir ihn sofort überfallen und erschlagen, sonst erschlägt er und ich kann es nicht, Smith. Einen Menschen, und wenn er noch so gefährlich ist, einfach erschlagen. Die Bilder von den schrecklichen Geschehnissen stehen jede Nacht leibhaftig vor meinen Augen, wenn ich schlafen will. Wie, Oma, der ist beim Eiersuchen vom Felsen gestürzt. Wie ihr hört, ist mein Mädchen vom Felsen gestürzt. Dein Mädchen, Edward Young, zieht nun in meine Hütte. Verstanden? Quintle, das kannst du nicht tun. Denk an all das Böse, was geschah, als Williams Mädchen ins Meer stürzte und er sich die Frau eines Eingeborenen nahm. Du hast kein Recht dazu. Ha, 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 kein Recht. Ich bin der Stärkste. Das Mädchen zieht in meine Hütte, basta. Lass die Hände von Arata, ich warme nicht, Quintle. Ich halte eine Axt in meiner Hand. Was, du winziges Bürschchen, du wagst es mir, entgegenzutreten? Ich puste dich aus. Du hast mir das Leben gerettet, Smith. Niemand kann uns wegen dieser Tat einen Vorwurf machen. Ich gelobe, es wird das letzte Blut sein, das auf Pitkern vergossen wurde. Das schwöre ich auch. Komm, Young, wir wollen Quintle am Ufer bestatten. Ja, und dann werden wir sofort McCoys höllischen Destillierkessel zerstören. Auf Pitkern soll nie wieder ein Tropfen Alkohol über die Lippen seiner Bewohner kommen. Bruder Young, Schlescher Christian hat die Bibel von der Bounty mit auf die Insel genommen. Holen wir sie aus seiner Hütte. Sie soll von jetzt ab der Wegweiser für unser künftiges Leben sein. Und so geschah es, Herr, mit Gottes barmherziger Hilfe. Wir lasen den Frauen und unmündigen Kindern aus der Bibel vor und lehrten sie Gebete und Psalmen. Zwar erlag Young im nächsten Jahr seinem schweren Herz Asthma, aber Gott segnete meine schwachen Kräfte, sodass es mir armen Sünde gelang, Frauen und Kinder zu wahren Christen zu erziehen. Erwürdiger Vater, was ihr einstmals gefräfelt habt, Gott hat es euch verziehen. Ich werde meine Regierung, die auch die eure ist, unterrichten. Und ich weiß, dass England, dem ihr eine neue Kolonie gewonnen habt, euch verzeihen wird. Ich muss euch jetzt Lebewohl sagen. Möge euer Werk weiterhin von Gottes Segen begleitet sein. Guter Sir, ich danke euch. Ich bin nur ein armer Sünder. Gestattet, dass ich euch das Geleit zum Strand begebe. Nein, 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 danke, John Adams. Der Weg ist viel zu abschüssig und steil und euer Bericht über die damaligen Geschehnisse hat euch sehr angegriffen. Bleibt hier oben und denkt daran, dass ihr euch eurer Gemeinde erhalten müsst. Gott schütze euch. Der letzte Meuterer von der Bounty, John Adams, von der englischen Regierung als Oberhaupt der Gemeinde auf Pitcairn anerkannt, starb am 5. März 1829 von seiner Gemeinde tief betrauert. Kapitän Blei war schon 1817 als Vizeadmiral seiner Majestät in London gestorben. Vorher hatte er als Gouverneur in Neu-Süd-Wales amtiert, wo seine Härte ebenfalls Anlass zu einer Meuterei gab. Diesmal waren es Soldaten, die gegen Blei rebellierten. Von Fletcher Christian, dem kühnen Anführer der Meuterei, ist nicht einmal die Grabstätte auf der Insel bekannt. So dass sich die Legende gebildet hat, es wäre ihm auf irgendeine Art gelungen, heimlich nach England zurückzukehren, wo er unter einem falschen Namen gestorben sein soll. Aber er hätte nur auf der Bounty heimkehren können und die hatte er verbrennen lassen. Es bleibt also eine Legende. Doch seine Taten, die kluge und unblutige Durchführung der Meuterei, sowie die Wiederentdeckung und Besiedlung Pittkerns mit all ihrer tragischen Romantik halten die Erinnerung an einen genialen Empörer und Seefahrer wach.